Ich wollte den Boxer eigentlich, weil, oh Mann! Oh, was? Nein! Ich hab gedacht, ich hab den Vater Morgana gesehen. Warum ist der so schnell? Warum bin ich immer? So langsam, Alter, der... Immer noch hier, bissle, ähm, aus... Alter, wir sind ja Rassen bei dem Game übelst aus, Mann. Ich schwör's dir doch mit, bei GB, wir kriegen nur bei Stellung zumindest, krieg mir nur auf die Schnauze, Alter, wie ich bin rausgelastet, Alter. Ich hab auch schon gesagt, irgendwann mach hier was kaputt, bald, Mann. Na, wahr! Zwei... Nee, nee, ich brauch ne Klasse, Mann! Oh, verdammt, Alter. Äh, Don, was machst du? Hä, was macht der? Alter, ein ganzes Liquid-Ding verschwendet, verfickst. Ja, aber nicht. Ja, Mann. Ich glaub, ich hab mein Ding auch geschrottet, weil irgendwie kommt da keine Luft mehr aus. Hä? Wir müssen gucken, wie wir das am besten machen. Ich hab keinen Aufsatz drauf! Scheiße, Mann, Alter. Boah, fuck, ich muss mich, äh, noch verknüpfen mit meinem anderen Account. Kim, noch kein GB-Match suchen. Konto trennen, verknüpfen. Wie heiß ich denn? Scheiß-Roboter-Frage, Alter. Ich bin kein Roboter. Oh, Amarok, was geht, Mann? Was geht ab, Mann? Amarok, was geht ab, Mann? Alles fresh bei dir. Ja, hab mir doch grad gesagt. Was? Ja, hab mir doch grad gesagt. Aber? Ja, was laufst du? Ja, was? Wo sind die gut, Alter? Wo, Alter? Wo bist denn du so lang, Kim? Wo bist denn du so lang? Ich kann auch nicht, äh, direkt durchpushen. Du weißt nicht, wo welche sein können. Das ist richtige Spasten im Chat, Alter. Ich will den mal ausnutzen, dass ich das vergesse, Mann. Niemand wettet, wenn ich vergesse, seh ich nur noch die Zahlen. Ich wollte im Boxer eigentlich, weil... Oh, Mann! Hey, was ist mit meinem Aim los? Einer ist Höhle. Hey, was ist mit meinem Aim, Alter? Ich spiel, ich spiel nur noch S&D. Ich schwör's mir. Die Runde hat mir schon wieder gereicht, Alter. Die, die Runde hat mir schon wieder... Die hat mir gereicht. Ich werd jetzt in S&D erstmal alles richtig rasieren und dann spiel ich irgendwann mal Stellung. Hä? Der hat mich one-hit geboxt? Hast du das gesehen? Warum ist der so schnell? Warum bin ich immer? So langsam, Alter. Ey, die S&D ist einfach so wie Schiss, Alter! Ja. Die S&D ist einfach! Ich hab keinen Bock noch so auszurasten, dass ich irgendwas kaputt machte. Ich hatte schon, ich hab schon so lange nicht mehr so geraged, Alter. In Black Ops 3 ist es nie passiert, da hab ich ein bisschen geraged, aber auch nicht so wie hier. Ich geh ganz kurz eine rauchen, weil sonst... Alter, wie oft gehst du eine Rauchen, Mann? Du hast eine E-Kippe. Deswegen haben wir uns die geholt. Ja. Schön für dich. Da geht jedes GB eine Rauchen, Alter. Wie früher. Tut mir leid. Hast du's nicht wieder verkaufen? Wenn wir dann irgendwann besser sind, werden wir sehen, rauch ich nicht mehr so viel. Aha. Das sind immer die Ausreden. Genau wie wenn ein Raucher sagt, nach der Schachtel läuft auf. Alter, ich will Haare einpflanzen, ich schwör's dir. Ey, das ist nicht mehr normal hier, Alter. Ich schwöre, die Runde hat mir vorhin schon wieder gereicht, Mann. Ich hätte mir bald meine Stimmbänder rausgeschrien, Alter. Was? Äh, erste die! Erste die, ist geil! Monotauf musst du präzise sein, weil sonst hat es kein Wettelscheiße! Guck, der sieht mich nicht, wenn ich mich da duck. Neuer Spot! Von den Twins erfunden! Verpiss dich, Mann! Nein! Wie der mich bullshittet! Oh! Verpiss dich, Alter! Ey, was? Nein! Ey, da hat schon wieder ein Timing. Verfick! Oh, was? Nein! Ich hab gedacht, ich hab den Vater Morganer gesehen. Verfick! Ich kann ja nichts machen, wenn ich den halben Kopf sehe, Alter! Das ist der Moment, in dem sich das Blatt wendet. Boah, das hat er noch nie gesagt. Das ist der Moment, in dem sich das Blatt wendet. Murk! Ich geh jetzt eine rauchen. Alter, du bist Kettenraucher. Hä, wann war ich denn zum Schluss eine rauchen? Ja, ja. Nein! Ich hab schon wieder Dings gemacht. Boah! Bodyshooter! Oder nicht, das ist unsere Leiche. Das bin ich, Digga. Lass los, lass los! Ne, doch nicht! Boah! Bei mir unten, der schluckt wie... Stift Dreck! Alter, gepralter! Wie kann man so eine Map erfinden? Wie kann man so eine Map erfinden? Das ist die größte... Wie kann man so eine Map erfinden, Mann? Okay, Boys & Girls. Ich denk mal, das war's mit dem Stream. Ich arbeite da nämlich schon am Overlay weiter. Haut rein! Haut rein, Alter! Bis zum nächsten Mal!